Illegale Starlink Terminals Russen kämpfen effektiver und tödlicher, diese illegalen Starlink Terminals ermöglichen es den russischen Streitkräften, schneller und effizienter zu kommunizieren und sich zu koordinieren, was ihre Kampfkraft erheblich erhöht. Dadurch können sie nun besser gegen die ukrainischen Truppen vorgehen und verursachen dadurch mehr Verluste auf Seiten der Ukraine. Die Nutzung dieser illegalen Terminals verstößt nicht nur gegen amerikanische Exportvorschriften, sondern gibt den russischen Streitkräften auch einen ungerechtfertigten Vorteil im Kampf. Es ist besorgniserregend, dass diese Technologie dazu verwendet wird, Menschenleben zu gefährden und den Konflikt in der Region weiter zu verschärfen. Es ist wichtig, dass Maßnahmen ergriffen werden, um den illegalen Einsatz von Starlink Terminals zu stoppen und sicherzustellen, dass sie nur für friedliche Zwecke genutzt werden. Die internationale Gemeinschaft muss zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Technologien wie diese nicht missbraucht werden, um Konflikte anzuheizen und Menschenleben zu gefährden.